das bin ja mit blümchen wieso so ja ich bin der blaue elefant hat er überhaupt einen namen bestimmt blaue elefanten und sendung mit der maus das maus sehr kreativ auf jeden fall liebes mit der fachthemen zu diskutieren nein daneben geflogen sehr gut hier ist noch einer hier läuft da kommt noch einer hat er mich hat er mich das training ist vorbei mal sehen was ihr gelernt habt idiotas 50 milliseconds 50 milliseconds to die auffällig unauffällig ok sind schon arsch voll abgestrungen knast kontroll 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 ok feindliche drohne ist aktiv jage die feinde bevor sie dich jagen feindliche drohne ist aktiv feindliche drohne ist aktiv feindliche drohne ist aktiv auto boogie ja und ja ist er weitergefahren ja vier acht habe ich ich habe fünf acht eine ausrüstungslieferung so ohne holen Tom sieben acht habe ich kann noch mehr ok ich kann alles holen ich hole noch meine moon kiste auch noch mal durch dröhnchen an machen oder noch warten noch warten sobald hier action ist ja ja ich habe ich markiert und da und von den zelten melden Sniper, Turm oben. Bin gerade runter. Okay, weiss down. Oh. Einer ist da noch. Aber im Zelten wieder einer runtergesprungen. Ja. Beschossen wurdest du vom Sniper, oder was? Ja, dort, wo ich markiert habe. Von da. Ja. Oh, lag. Lag. Lag mich am Arsch, ne? Ja klar. Ja, wo ist er? Aua. Wenn ihr eine Schussfeste seht, die nehme ich. Klar. Der Name von den Platten. Wenn ihr eine Schussfeste seht, die nehme ich. Da hinten im Fenster. 130 Meter entfernt. 48, wir kriegen einen. Ich mach Drohne an. Ja. Wir brauchen Aufklärung. Mach den Überflug. Auto kommt. Drohne beginnt Überflug. Oh ja. Hat der ihn abgeholt, oder? Aua. Die kommen von links. Arschvoll Manikicken. Hier kommen die Puschen hier rein. Die kommt jetzt. Hat er markiert. Mit dem Füttelchen überlebt, deine Lütze. Du hast den Platz gemacht, ja? Hartz-IV-Puscht da, alter. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Einmal hat er zwei Videos gesehen. Einmal hat er verässerte Drohne über euch. Aufprass. Au. Kontakt. Ich höre wieder ein. Ja. 39 Meter hier direkt vorn. Hier haben wir auch. Truppenmitglied steigt wieder ein. Das sind die besten 25, fast an der Spitze. Du hast nur geballert. Ich habe gar nicht geballert. Ach so, du bist ja gar nicht geprüft. Oh ja, da. Da vorne waren die. Ja, hier war auch einer. 30 Meter. Da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Wir haben auch. Steigt wieder ein. Okay, wir sind drehen. Aufpassen, ob sich was rührt. Auto. Ja. 49 Meter von Zelten. Da bewegt sich was. Vorratskiste identifiziert. Position wird markiert. noch liegen wir gut hier drinnen. Ja. Kann man dich holen? Ja. Und hier kommt einer. Pass auf. Nein, nicht holen. Einer steht hier. Amattiert. Unter der Tür. Genau. Kann man dich jetzt holen? Ja. Ja. Steh auf. Wir müssen weg. Unter Beschuss. Von außen kommen auch welche. Ja. Ziele gefunden. Begebt dich zur nächsten Position. Das Gas breitet sich aus. Nicht als Zune wird verlegt. Für Stattlauf aktiv. Preise der Vorratsstationen wurden angepasst. Figuros. Scheiße, Platten hast du nicht mehr, ne? Nur noch drei. Ja, wenn du eine abgibst, dann habe ich auch immer zwei. Wo bist du? Hinter dir. Immer hinter dir. Mir eben nicht. Ich bin immer hinter dir. Ich bin immer hinter dir. Oh. Ich bin immer hinter dir. Ich bin jetzt für dich. Wegen dir verrecke, bist du schrückt. Rechte runter, scheiße. Ja, einer ist da. Bleibt wachsam. Das Wiederauferstehungsfenster endet gleich. Unter mir, glaube ich. Ja, der kommt wo da. Da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Und den Betroffenen in der Ukraine heffen. Jetzt kommt an. Down. Nice, danke. Und sammeln gleichzeitig Spenden für medizinische Hilfgüter. Ich hole dir die Platten von ihm. die auch heute noch wahnsinnig kollektiv sind. Aber es könnte auch sein, dass er geflogen ist. Höre was? Ja, sechs Meter hier unten. Reingekommen. Alter. Ich war das. Ich laufe rechts rum. Alter, alles voll. Linke Seite. Das läuft genau richtig. Natürlich laufe ich richtig. Du bist immer falsch. Jedes Mal, wenn es mit der Zone geht. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist halt ein guter. Nehmen nicht. Acht ab Schüsse. Du musst noch gut sein. Du bist besser. Du bist allerbeste. Du bist viel besser. Du bist richtig gut. Einer deiner Verbündeten ist zurück. Noch nie so einen guten Spieler wie dich gesehen. Hör mal ruhig. Okay, hier ist safe. Achso, okay. 46. Ja. Da. Da bewegt sich was. 41. Da. Da bewegt sich was. Können nicht hier bleiben. Zur Sicherheit. Jetzt läuft er runter. Ja. Die kommen zu dir. Für euch. Besser gesagt. Unten sind die. Oben auch noch einer. Wunderbar. Einer kam wieder. Ja. Wunderbar. Einer kam wieder. Ja. Scheiße. Da ist er. Da ist er. Da bewegt sich was. Sicherheitszone wird verliebt. Zwei auf dem Dach. Zwei auf dem Dach. Alter. Wir haben es. Wir haben es. So ein guter. Alter. Elf Abschüsse. Das ist richtig premium. Also so einen tollen Mann habe ich noch nie gesehen. Ich habe eben so geschwitzt dazu. Sehr geile Runde. Runde. Und sage ich doch. Meine Afrodame. Die macht's. Ja. Schön unaufällig. Ja. Mit dem roten. Schön leuchtend hier. Da ist sie. Space. Na Gott. Nein. 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 Von mir aus können wir nochmal eine Runde. Die waren gut. Die beiden. Will jemand? Mach ein Nordspiel. Na wir beide? Habe ich gemacht. Na das Spiel startet. Okay. Nein. Nein.